Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ob Sie Schokolade normalerweise verschenken oder sich selbst damit verwöhnen, Arnie hat eine riesen Auswahl an Schokolade-Spezialitäten für Sie bereit. Das hier ist sozusagen der Ursprung von Arnie Schokolade. Es ist die Kaka-Frucht, wie sie in den tropischen Ländern von Südamerika und Afrika wächst. Aus dieser Frucht kommt Kaka-Bohnen, die zusammen mit Zucker, Milchpulver und weiteren Zutaten von den Arnie-Konfisseuren nach traditioneller Methode, aber auf modernsten Anlagen in mehreren Arbeitsgängen zu den verschiedensten Arnie-Spezialitäten verarbeitet wird. Die neueste Kreation von Arnie, die heisst übrigens Chanduja und darf auch von Diabetikern genossen werden, weil sie keinen Zucker hat. Da wird die Form für die neue Arnie Chanduja gegossen. Dann wird sie mit der zarten Mandelcreme gefüllt und anschliessend wieder mit feiner Schokolade verschlossen. Da läuft Amio das Wasser im Mund richtig zusammen. Zum Glück darf ich jetzt probieren. Die neue Arnie Chanduja, die gibt es jetzt übrigens überall bei Coop zu einem günstigen Probierpreis. Jeden Tag gut essen und trotzdem schlank bleiben mit Gurmeleit, den leichten, ausgebrochenen Fertigmahlzeiten von Goldstar ist das möglich. Für jeden Gurme gibt es ein Gurmeleit. Vom Herdöpfelgratin mit geschnetzeltem, über das Torschfilet Wattländerart bis zum Chicken Curry Madras. Leicht ist ebenfalls eine der verschiedenen neuen Klasse-Spezialitäten von Goldstar. Sie heisst, wir können es anders sein, Goldstar light und sie hat rund ein Drittel weniger Kalorien als gewöhnliche Rahmglassen. Wenn Sie aber lieber Spargelen als Glassen haben, dann sollten Sie das folgende Rezept aus der Studioküche nicht verpassen. Es ist wieder Spargelzeit, oder Sparsenzeit, wie wir es in Basel sagen. Und damit werden die Sausen wieder aktuell. Ich möchte Ihnen heute eine von vielen zeigen. Wenn Sie die Spargel vom Kopf her schellen, sollten Sie grosszügig damit umgehen, denn die harte Schale muss unbedingt weg. Auch das harte Ende abschneiden. Dann die Spargel zu Bünd zusammenbinden und im Salzwasser kochen. Für die Sausen Mehl im Anken adämpfen, mit Spargel-Saud ablöschen, würzen und etwa 5 Minuten köcheln lassen. Dann das Pfändchen vom Herd nehmen, Anken zum Verfeineren und ein bisschen Orangenschalen reinrühren. Orangensaft mit Eigelferquillt brauche ich, um die Sausen zu binden. Und dann können wir schon die Spargel aus dem Wasser gut abtropfen lassen und auf eine vorgewärmte Platte anrichten. Die genaue Angaben für dieses Rezept finden Sie auch in der Coop-Zeitung. Eine gute. Wie immer zeigen wir Ihnen jetzt noch die neuesten Coop-Aktionsangebote. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Den immergrünen Rasen-Teppich gibt es in allen Coop-Tutio-Self und Coop-Bauzenter für nur 11.90 Franken Quadratmeter. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Hinderschinken, mild gesalzen, 100 Gramm für nur 1.65. Ein Liter Dorina-Sonnenblumenöl, nur noch 4.50. Tartar-Kräuterfrischkäse, zweimal 80 Gramm, nur noch 3.10. Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta oder Sprite Light. Eine Flasche statt 1.25 nur 95. Und die Harasse an 12 Flaschen statt 15 nur 11.40 Franken. Zwei Streudosen Senn-Automat-Geschirrspülmittel, nur noch 5.90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coop-Bonen-Café, ex-Telento 500 Gramm, nur noch 5.10. Bananen, das Kilo für nur 1.90. Auf Wiedersehen.